20.000 Meilen unter dem Meer Von Jules Verne Gelesen von David Nathan Ein Monster wird gesichtet Es war der 20. Juli 1866, als die schwimmende Masse das erste Mal wahrgenommen wurde. Kapitän Baker hielt sie zuerst für eine neue Klippe, die fünf Seemeilen, also ca. 9,3 Kilometer östlich der australischen Küste aus dem Meer ragt. Und wollte sie in seine Karten eintragen. Als die Masse aber zwei Wasserfontänen von 50 Metern in die Luft jagte, zweifelte der Kapitän, ob er es mit einem unregelmäßigen Geysir oder mit einem bisher unbekannten Säugetier zu tun hatte. Bis zum Frühjahr des nächsten Jahres wurde dieses Tierding sowohl im Pazifik als auch im Atlantik gesichtet, und die Ätna stieß sogar mit dem Ungeheuer zusammen. Das Monster wurde zur Mode und inspirierte die Schreibenden wie die schauspielenden Künstler. In jedem Kaffeehaus wurde über den Überwahl diskutiert. Als im April 1867 mit der Scotia von der Canard-Linie das dritte Schiff und zudem das zuverlässigste gerammt wurde, begann die Öffentlichkeit die Existenz dieses aggressiven Gegenstandes als Bedrohung zu empfinden. Man mobilisierte eine Reihe von Ausschüssen, die bei der Regierung eine Jagd auf das Seemonster und damit ein sauberes Meer forderten. Und ich? Was hatte ich mit diesen Vorgängen zu tun? Nach einer Nebraska-Expedition hielt ich mich im März in New York auf. Mein Auftrag, den ich für die französische Regierung ausgeführt hatte, war abgeschlossen, und ich wartete auf ein Schiff, das mich in die Heimat zurückbringen sollte. Die unterschiedlichsten Vermutungen wurden diskutiert. Dass es eine wandernde Insel war, glaubte längst niemand mehr. Und auch ein Schiffsrumpf konnte nicht solch große Distanzen überwinden. Am hartnäckigsten hielt sich die Theorie, es handele sich um ein Unterwasserfahrzeug mit außerordentlicher mechanischer Kraft. Aber wer sollte eine solche Maschine besitzen? Ein Privatmann war unwahrscheinlich, und irgendein Staat hätte nicht unbemerkt einen solchen Bau verrichten können. Damit fiel die Hypothese vom Panzerschiff und übrig blieb die Monster-Idee. In Frankreich hatte ich bereits ein zweibändiges Werk über die Geheimnisse der Meerestiefen veröffentlicht. Daher wurde ich als Fachmann häufiger zu den Vorfällen befragt. Zuerst verweigerte ich eine Stellungnahme, aber nach dem Vorfall mit der Scotia veröffentlichte ich einen Artikel im New York Herald. Darin erklärte ich, dass die Existenz eines Riesen-Narrwals durchaus möglich war. Augenzeugen schätzten die Länge des Ungeheuers auf 100 Meter, demzufolge musste es fünfmal so lang wie ein gemeiner Narwal sein. Am Ende meines Artikels ließ ich mir allerdings die Hintertüre offen, dass alles nur eine Erfindung, Seemannsgarn war. Ein Professor, wie ich, fürchtet nichts mehr als den Spott des Publikums, wenn die Realität ans Licht kommt und seine Thesen Lügen straft. Und Amerikaner lachen herzhaft, wenn sie lachen. Mein Artikel fand großes Interesse und wurde heiß diskutiert. Viele forderten eine Säuberungsaktion der Meere, da das Ungeheuer den Handel und den Verkehr bedrohte. Die Vereinigten Staaten handelten als Erste. Kommandant Farragut erhielt den Auftrag, die schnelle Fregatte Abraham Lincoln auszurüsten und zum Auslaufen bereitzuhalten. Seltsamerweise war von da ab von dem Tier nichts mehr zu hören und zu sehen. Man hätte meinen können, es habe von der geplanten Aktion erfahren. Einige Witzbolde meinten, es habe die Telegrafenstationen abgehört. Zwei Monate lag die Abraham Lincoln, ausgestattet mit den modernsten Fangmaschinen auf der Lauer. Da kam am 2. Juli 1867 die Nachricht, dass das Tier in den nördlichen Gewässern des Pazifiks gesichtet worden war. Farragut erhielt den Befehl, innerhalb von 24 Stunden auszulaufen. Drei Stunden vor der Abfahrt erhielt ich vom Sekretär der Marine folgenden Brief. An Monsieur Pierre Aronax, Professor am Pariser Museum, zurzeit Fifth Avenue Hotel, New York. Monsieur, die Regierung der Vereinigten Staaten würde sich sehr freuen, wenn sie sich der Expedition anschließen würden. Kommandant Farragut hält eine Kabine für sie bereit. Leinen los Bevor ich diesen Brief gelesen hatte, war ich ein Mensch mit normalen Wünschen und Ansichten. Doch jetzt fühlte ich mich berufen und erkannte, dass mein Lebenszweck von jetzt an die Verfolgung des Riesennarwahls war. »Consei, pack unsere Koffer«, rief ich meinen Diener. Er war ein liebenswürdiger, aber etwas behäbiger, flämischer Geselle und begleitete mich auf alle meine Reisen. Seine Trägheit war so ausgeprägt, dass es ihm völlig egal schien, ob wir nach China oder in den Kongo aufbrachen. Er war ausgeglichen, beständig und zuverlässig. Außerdem wurde er niemals krank und hatte Nerven aus Stahl. Intelligent konnte man ihn nicht nennen, aber er verfügte über eine unglaubliche Fähigkeit. Er war Spezialist im Klassifizieren. Man konnte ihm ein Stichwort sagen und er betete sämtliche Stämme, Gruppen, Unterabteilungen, Ordnungen, Familien, Gattungen, Untergattungen, Arten und Varietäten herunter. Doch blickte er in ein Aquarium, konnte er keinen Goldfisch von einem Guppi unterscheiden. »Was geschieht mit der Sammlung von Monsieur?«, fragte Concey. »Alles bleibt hier. Wir müssen rasch fort.« »Wie Monsieur beliebt.« »Also hör zu, mein Freund. Wir fahren mit der Abraham Lincoln.« »Wie Monsieur beliebt.« »Es handelt sich um die Verfolgung des Riesen-Narrwals.« »Wie Monsieur beliebt.« »Es wird vielleicht eine gefährliche Reise, von der nicht jeder wieder zurückkommt.« »Wie Monsieur beliebt.« Im Kofferpacken war Concey ebenso gut wie im Klassifizieren. Ich zahlte die Hotelrechnung und gab den Auftrag, meine zahlreichen Kisten nach Paris zu verfrachten. Wenig später wurde ich an Bord der Abraham Lincoln dem Kommandanten Farragut vorgestellt und bezog anschließend meine Kabine, die im Heck lag und an den Offizierssalon grenzte. Eine halbe Stunde später erscholl das Kommando »Leine los!« Das Schiff löste sich langsam vom Kai und zog majestätisch den Hudson entlang. An den Ufern standen zahllose Menschen und winkten mit Taschentüchern. Farragut war ein tüchtiger Seemann und hatte nicht die geringsten Zweifel an der Existenz des Narwals, zu dessen Verfolgung er aufgebrochen war. Die Masten mit ihrem Takelwerk hingen voller Matrosen, was daran lag, dass Farragut eine Prämie von 2000 Dollar für die erste Sichtmeldung ausgesetzt hatte. Essen und Schlafen wurde für alle zur Nebensache. Nur Conseil fand das Unternehmen so gewöhnlich wie jedes andere. An Deck waren die neuesten Waffen montiert, aber das Schiff besaß noch mehr, den König der Harponiere namens Nat Land. Er war Kanadier, etwa 40 Jahre alt, nahezu zwei Meter groß, ernst, wortkarg, reizbar. Kurz, ein Mann, der Aufmerksamkeit erregte. Mir gegenüber war Nat Land sehr aufgeschlossen, was vielleicht daran lag, dass ich Franzose war. So konnte er seinen Heimatdialekt benutzen. Sehr schnell wurden wir Freunde. Bei einem Gespräch, an einem prachtvollen Abend etwa drei Wochen nach unserer Abreise, erklärte er mir, dass er an die Meeresungeheuer Theorien nicht glaube. Er hatte selbst so viele Seetiere erlegt, dass er die Existenz eines solchen Riesenwals für unmöglich hielt. Doch meiner Ansicht nach gehörte dieses Wesen zu den Wirbeltieren, Klasse der Säuger, Gruppe der Fischförmigen, Ordnung der Walfischartigen. Die Familie konnte ich nicht bestimmen, dafür musste das Untier erst zerlegt werden. Um es zu zerlegen, müsste es gefangen werden. Und um es zu fangen, müsste man es harponieren. Und harponieren konnte man es erst, wenn man es sah. Und daran haperte es im Moment. Der Zusammenstoß Augen auf, hieß die Parole der Mannschaft. Doch die Fahrt verlief seit Wochen erfolglos. Am 6. August umfuhren wir das Kap Horn und drangen in die Gewässer des Pazifik ein. Die Aussicht auf 2000 Dollar ließ alle sehr wachsam sein. Nur Ned Land verbrachte mindestens 8 Stunden am Tag unter Deck mit Lesen und Schlafen. Als ich ihn darauf ansprach, erklärte er, das Tier wurde vor über 2 Monaten das letzte Mal gesehen. Wir wissen, dass es sich schnell voran bewegt. Ich sehe wenig Sinn darin, es in Gebieten zu suchen, in denen es sich vor 2 Monaten aufgehalten hat. Die häufige Spannung und Enttäuschung und der Schlafmangel begannen an der Besatzung zu nagen. Nachdem die Abraham Lincoln zwischen Japan und Amerika keinen Punkt unberührt gelassen hatte und es dennoch kein Anzeichen eines Riesen-Narrwals gab, begann die Mannschaft zu meutern. Die zuversichtliche Stimmung hatte sich gründlich geändert und nach der Aufmerksamkeitswelle machte sich jetzt eine demonstrative Fress- und Schlafwelle breit. Am 2. November forderte eine Abordnung von ihrem Kommandanten, er solle umkehren. Farragut erbat sich noch drei Tage, danach wollte er wieder europäische Meere ansteuern. Dieses Versprechen verbesserte die Laune und die Männer taten ihr Bestes, um die Aufmerksamkeit des Tieres auf sich zu ziehen. Sie ließen riesige Speckstücke zu Wasser, die allerdings nur Haie anlockten. Am 5. November lief der Termin ab. Wir befanden uns ungefähr 300 Seemeilen von Japan entfernt. Conseil hielt mir gerade einen Vortrag, wie sinnlos mein Handeln sei und ich 6 Monate meines Lebens vergeudet hätte, als Ned Land plötzlich rief »Das gesuchte Ding, ahoy, quer ab von uns, unter Wind!« Auf diesen Ruf stürzten alle nach Steuerbord. Und tatsächlich, zwei Kabellängen, was knapp 400 Metern entspricht, entfernt, schien das Meer von innen heraus zu leuchten. Das Licht war so stark, dass es nur elektrisch sein konnte. Wie wir noch starrten, begann sich die Lichterscheinung auf uns zuzubewegen. »Steuerhardt, Steuerbord, volle Kraft voraus!«, schrie Farragut. Die Fregatte entfernte sich, so rasch es ging, von der leuchtenden Stelle. Aber das Untier verfolgte uns und bewegte sich doppelt so schnell wie wir. Bestürzung machte sich breit. Statt anzugreifen, floh die Abraham Lincoln. Statt zu verfolgen, wurde sie verfolgt. Als ich Farragut aufsuchte, meinte er, »Ich kann meine Fregatte nicht leichtsinnig aufs Spiel setzen, Monsieur Aramax. Wir müssen den Tag abwarten, dann können wir angreifen.« Ned Land, der sich zu uns begeben hatte, forderte Farragut auf, ihm am nächsten Tag die Möglichkeit zu geben, das Untierding festzumachen. »Ich brauche ihm nur auf vier Harpunenlänge nahe zu kommen.« In der Nacht wurden die Kanonen und Harpunenschleudern vorbereitet. Ned Land legte lediglich seine Harpune zurecht. Als der Tag zu grauen begann, verschwand der elektrische Glanz des Tieres und eine Seemeile entfernt tauchte der schwärzliche Körper aus dem Wasser. Aus seinen beiden Luftlöchern schleuderte es mindestens 40 Meter hohe Wasserdampfstrahlen. Ned Land begab sich an den Bug und man ließ das Tier herankommen. Dann begann eine Jagd, bei der die Abraham Lincoln bestimmt 18 Knoten brachte. Aber das Untier hielt die Geschwindigkeit locker mit. Als wir nur noch 30 Meter entfernt waren, schwang Ned Land seine Harpune, wir näherten uns weiter und es waren noch sechs Meter, als er die Waffe losschleuderte. Deutlich hörte ich den scharfen Klang des Aufpralls, als habe er Metall getroffen. Das Tier tauchte ab, wobei ein enormer Wasserstrudel entstand, der die Mannschaft zu Boden riss. Ein entsetzlicher Stoß schleuderte mich über die Reling ins Meer. Kampf ums Überleben Ich hatte den Halt, aber nicht den Kopf verloren. Ich schlug ins Wasser und tauchte fünf bis sechs Meter unter. Automatisch begann ich mit den Beinen zu rudern. Wieder an der Oberfläche brauchte ich eine ganze Weile, bis ich die Fregatte erkannte. Sie verschwand in der Ferne. Verzweiflung machte sich bei mir breit und ich rief um Hilfe. Doch dabei schluckte ich Salzwasser und wurde noch panischer. Meine nassen Kleider hingen schwer an mir und behinderten mich beim Schwimmen. Ich sank, wollte rufen, schluckte Wasser, hustete, sank und prustete. Da fühlte ich mich plötzlich am Kragen gepackt und hörte die rettenden Worte Wenn Monsieur die Güter haben, sich bei mir zu stützen, geht es gleich besser. Conseil, wurdest du auch über Bord geschleudert? Keineswegs. Aber da Monsieur einen Anspruch auf meine Dienste hat, bin ich Monsieur nachgesprungen. Die Fregatte ist übrigens manövrierunfähig. Sie wurde vom Ungeheuer zerbrochen. Conseil kam dicht heran und schnitt mir mit einem Messer die nasse Kleidung vom Leib. Dann schlug er vor, ruhig und gleichmäßig zu schwimmen, bis sich unsere Lage verbessern würde. Er war zu behäbig, um sich aufzuregen. Wir teilten unsere Kräfte ein, indem der eine auf dem Rücken lag und toter Mann spielte und der andere schwamm und ihn mit leichten Stößen vor sich herschob. Alle zehn Minuten wechselten wir die Rollen und hofften es auf diese Weise auszuhalten, bis es hell würde. Aber die Ermüdung wurde immer stärker. Dazu kamen Krämpfe und Schüttelfrost. Ich war schon drauf und dran aufzugeben, da schrie Conseil einige Male herzhaft um Hilfe. Und uns war so, als ob wir ein Rufen hörten. Angestachelt von der Hoffnung auf Rettung riefen wir zusammen weiter. Mit letzter Kraft bewegten wir uns in die Richtung, aus der wir die Stimme vermuteten. Meine halb erfrorenen Glieder versagten mehr und mehr ihren Dienst. Und als ich erneut rufen wollte, schluckte ich Wasser und ging unter. Dabei stieß ich gegen einen Gegenstand und ich klammerte mich unweigerlich daran fest. Jemand riss mich empor und dann wurde ich ohnmächtig. Ich muss vom Reiben an meinem Körper wieder aufgewacht sein. Zuerst erkannte ich den treuen Conseil. Das andere Gesicht war im Mondlicht ebenfalls deutlich zu erkennen. Ned Land. Was? Sie wurden ebenfalls von Bord geschleudert? Fragte ich. Allerdings, die Kraft meiner Harpune riss mich hinunter. Aber ich hatte Glück und konnte mich gleich auf ein kleines Inselchen retten. Inselchen? Oder Riesen-Narwal, wie Sie wollen. Jedenfalls weiß ich nun, warum meine Harpune nicht eindringen konnte. Ihr angeblicher Meeressäuger besteht aus blankpolierten Eisenplatten, Herr Professor. Dieser Satz brachte mich wieder vollständig zu Bewusstsein. Ich sprang auf und trat mit den Füßen gegen den Untergrund, klopfte darauf. Es bestand kein Zweifel, das Wundertier, das Ungeheuer, das alle Gelehrten gefoppt hatte, war ein Wunder von Menschenhand. Wir befanden uns sozusagen an Deck eines Unterwasserfahrzeuges, das offenbar eine Fischform besaß. Und wenn es eine Maschine war, musste es Menschen geben, die es fortbewegten. Waren wir gerettet? Ned Land warf ein, dass er seit drei Stunden auf diesem Ding hockte und sich nichts gerührt hätte. In dem Moment begann sich am anderen Ende des Fahrzeugs offensichtlich eine Schraube zu bewegen, da wir uns in Bewegung setzten. Der Apparat machte nur langsame Fahrt und wir konnten uns gut halten. Aber was, wenn er untertauchte? Also begannen wir wild mit unseren Füßen zu trampeln. Natürlich hatten wir nicht viel Hoffnung, dass man uns im Inneren hörte. Doch plötzlich stoppte die Schraube. Eine Platte des Verdecks hob sich und ein Mann erschien in der Luke. Er stieß einen Schrei aus, verschwand und kehrte wenige Augenblicke mit acht starken Männern, die Masken trugen, zurück. Sie packten uns und schleiften uns in den Leib des technischen Monsters. Gefangen Alles war blitzschnell geschehen. Die Luke schloss sich und es herrschte undurchdringliche Dunkelheit. Ich fühlte eine eiserne Treppe unter meinen Füßen, an deren Ende eine Tür war, durch die wir geschoben wurden. Jemand schloss hinter uns ab. Ned Land erholte sich schnell von dem Schreck und begann ordentlich zu fluchen. Er schwor, jeden zu massakrieren, der ihn anrührte. Ah, damit seien Sie mal vorsichtig. Unnötige Gewalt bringt uns nur in Gefahr. Stellen wir erst einmal fest, was das für Leute sind und wo wir uns befinden. Ich tastete mich durchs Dunkel und lief den Raum ab. Er musste ungefähr sechs auf drei Meter groß sein und die Wände waren ebenfalls aus poliertem Eisen. Nach einer halben Stunde ging plötzlich ein grelles Licht über uns an. Jetzt konnten wir die Einrichtung der Kabine genau erkennen. Um einen Tisch standen fünf Schemel. Mehr war da nicht. Nicht einmal eine Türe war auszumachen. Wir hörten, wie ein Riegel zurückgeschoben wurde und zwei Männer traten herein. Der eine war untersetzt und kräftig mit reichlich schwarzen Haaren und einem dicken Schnurrbart. Der andere verdient eine ausführlichere Beschreibung. Auf den ersten Blick erkannte ich, dass ich es mit einem außergewöhnlichen Mann zu tun hatte. Er strahlte Selbstvertrauen, Gelassenheit und Energie aus und machte einen stolzen Eindruck. Gegen meinen Willen fühlte ich mich in der Nähe dieses Mannes sicher und war gespannt auf ein Gespräch mit ihm. Sein Alter konnte ich kaum schätzen, irgendwo zwischen 35 und 50 Jahren. Seine Augen standen etwas weiter auseinander, was ihm einen außergewöhnlichen Blick verlieh. Später sollte ich erfahren, dass er die Fähigkeit hatte, in einem ungewöhnlich weiten Radius Dinge zu erspähen. Die beiden Männer trugen Mützen aus Seeotterfell und Stiefel aus Robbenfell. Der Große betrachtete uns eindringlich und sprach kein Wort. Dann unterhielten sie sich mit unverständlichen Worten und schienen eine Frage an mich zu stellen. Conce schlug vor, dass ich unsere Geschichte in Französisch erzählen solle. Das tat ich dann auch, langsam und deutlich. Aber die beiden machten nicht den Eindruck, als ob sie irgendetwas verstanden. Daraufhin versuchte Ned Land sein Glück mit seinem besten Schulenglisch, mit demselben Erfolg. Conce, der Flamme war, kramte seine Kenntnisse in Deutsch hervor und erzählte die Geschichte zum dritten Male. Sie wechselten Blicke, sprachen kurz miteinander und zogen sich zurück, ohne sich weiter um uns zu kümmern. Ned Land wurde wütend. Da redet man Französisch, Englisch und Deutsch und die verstehen nichts und lassen uns hier jämmerlich verhungern. In diesem Augenblick wurde die Tür geöffnet und ein Steward trat ein. Er trug Kleidung über dem Arm, die er an uns verteilte, und legte anschließend drei Gedecke auf den Tisch. Die Schüsseln waren mit silbernen Glocken zugedeckt und man konnte meinen, man wäre im Pariser Grand Hotel. Wir hoben sie an und entdeckten allerlei Fisch, der köstlich zubereitet war. Andere Speisen konnte ich nicht richtig einstufen, aber sie schmeckten vorzüglich. Das Tafelsilber trug eine Gravur, auf der stand »Mobilis immobili«, was so viel bedeutete wie »beweglich im Bewegten«. Das passte ausgezeichnet auf das Fahrzeug. Nach dem Essen ergriff uns eine übermächtige Müdigkeit und meine beiden Gefährten sanken auf einer Matte nieder. In meinem Kopf schwirrten noch die ungelösten Fragen herum. Wo waren wir? Welche Macht hatte uns entführt? Sank das Fahrzeug auf den Meeresgrund? Kapitän Nemo Wie lange wir geschlafen haben, wusste ich nicht. Ich erwachte ausgeruht, jedoch mit einem Gefühl, als könne ich kaum atmen. Offenbar war der Sauerstoff in unserem eisernen Gefängnis nahezu verbraucht. So tief ich auch einatmete, meine Lungen wurden nicht ausreichend versorgt. Die Frage war, wie dieses Fahrzeug neuen Sauerstoff produzierte. Als wir schon Erstickungs- und Angstgefühle bekamen, überschwemmte uns plötzlich ein Strom reiner, jodduftender Meeresluft. Völlig berauscht füllten wir unsere Lungen. »Jetzt fehlt nur noch eine ordentliche Mahlzeit«, sagte Ned Land. »Aber wahrscheinlich lassen die uns in diesem Loch jämmerlich krepieren, diese Verbrecher.« »Meister Land, Ihre Einstellung ist zu aggressiv. Sie müssen sich zurückhalten, das bringt sonst nur Ärger.« »Im Gegenteil, Professor. Es muss sofort gehandelt werden. Ich werde uns aus diesem Gefängnis befreien. Wir werden das Kommando hier übernehmen und wieder nach Hause fahren.« »Sie wollen sich des Fahrzeugs bemächtigen? Hören Sie. Warten Sie damit noch ab. Wir wissen nicht, was man mit uns vorhat. Außerdem müssen wir uns erst einen Plan zurechtlegen und dafür müssen wir die Gewohnheiten an Bord auskundschaften. Sie müssen mir versprechen, nichts Unbedachtes zu tun, Ned Land.« »Hm, einverstanden«, sagte der Kanadier brummig. Wie ich es nicht anders erwartet hatte, hielt er sich nicht an unsere Abmachung, ganz im Gegenteil. In Selbstgesprächen steigerte er sich derartig in seinen Zorn, dass er die Beherrschung verlor und mit den Fäusten gegen die eisernen Wände trommelte. Allmählich verflüchtigte sich auch bei mir das Gefühl von Sicherheit, das ich bei der Begegnung mit dem Großen empfunden hatte. Meine Nervosität ließ mich erzittern und meine Fantasie malte wüste Bilder von einem Mann, der sich der Menschheit abgewandt hat und fähig war, uns verhungern zu lassen, ohne auch nur mit der Wimper zu zucken. Da hörte ich draußen ein Geräusch. Der Riegel wurde weggeschoben und der Stuart trat ein. Er war noch nicht richtig drinnen, als sich Ned Land auf ihn stürzte und ihm die Kehle wirkte. Concey und ich gingen dazwischen, um das Schlimmste zu verhindern. Plötzlich ertönten Worte in meiner Muttersprache. Beruhigen Sie sich, Ned Land! Und Sie, Herr Professor, hören Sie mich an! Der Große hatte gesprochen. Ned Land ließ von seinem Opfer ab und der Stuart verließ, ohne die Mine zu verziehen, den Raum. Der Kommandant lehnte an der Tischkante und beobachtete uns mit seinem außergewöhnlichen Blick. Nach einer Weile begann er, gelassen und doch eindringlich, »Monsieur, ich spreche Französisch, Englisch und Deutsch. Ich hätte Ihnen also schon längst antworten können. Nachdem ich nach Ihrer dreifachen Erzählung wusste, dass ich es mit Professor Aronax vom Pariser Museum, seinem Diener Concey und mit dem kanadischen Harponier Ned Land von der Fregatte Abraham Lincoln zu tun habe, musste ich nachdenken, was ich mit Ihnen anfangen soll. Er sprach mit einer Leichtigkeit und nahezu akzentfrei, dennoch hatte ich das Empfinden, dass er nicht Franzose sei. Mit Ihrer Expedition sind Sie in meine Nähe gekommen. Ich habe vor Jahren mit der Menschheit gebrochen und keiner weiß von meiner Existenz. Durch Ihre Jagd ist mein Dasein nun in Gefahr. Ich versuchte, mich zu rechtfertigen, dass wir nur hinter ihm her waren, weil wir annahmen, einem Riesenmeeressäuger auf der Spur zu sein. Wie konnten wir wissen, dass es sich um ein Unterseeboot handelte? Aber diesen Einwurf ließ der Große nicht gelten. Eigentlich müsste ich sie wie einen Feind behandeln. Ich hätte sie ins Meer werfen können. Sie wären ertrunken und vergessen. So etwas machen nur Wilde, aber keine zivilisierten Menschen, sagte ich. Mein Herr Professor, ich bin kein zivilisierter Mensch. Aus Gründen, die nur ich kenne, lebe ich im Meer und hier gelten nur meine Regeln. Das Schicksal hat sie an Bord meines Schiffes gebracht. Sie werden hier bleiben und können sich relativ frei bewegen. Aber dafür verlange ich ein Versprechen. Und das wäre? Fragte ich. Es könnte vorkommen, dass ich sie für Stunden oder sogar Tage in die Kabine einschließen muss. Dabei möchte ich keine Gewalt anwenden und erwarte deshalb Gehorsam. Es geschieht zu ihrem eigenen Schutz. Sind Sie damit einverstanden? Dinge sollten an Bord vorgehen, die wir nicht sehen durften. Was sollte das sein? Angenommen, sagte ich. Aber definieren Sie das Wort Freiheit bitte etwas ausführlicher. Es sind dieselben Freiheiten, die meine Gefährten und ich haben. Sie dürfen sich an Bord frei bewegen. Das soll bedeuten, dass wir nie wieder nach Hause dürfen. Das ist nicht Ihr Ernst. Allerdings. Sie vergessen, dass Sie mich angegriffen haben. Damit sind Sie in den Besitz eines Geheimnisses gelangt, das niemand auf der Welt erfahren darf. Sie glauben noch nicht im Ernst, dass ich Sie wieder lebend auf die Erde entlasse, die mich nicht kennen darf. Also die Wahl zwischen Leben und Tod? Richtig. Dieses Versprechen werden meine Begleiter und ich niemals geben. Erlauben Sie mir, Professor Aronax, Ihnen mitzuteilen, was ich zu sagen habe. Ich kenne Sie. In meiner Bibliothek steht Ihr schönes Werk über die Tiefsee-Fauna. Ein gutes und kluges Buch. Sie sind so weit vorgedrungen, wie Sie nur konnten. Die Reise mit meinem Schiff wird Ihnen allerdings eine neue Welt eröffnen. Ich habe vor, vielleicht ein letztes Mal unter den Meeren um die Welt zu fahren, um meine Tiefseestudien abzuschließen. Sie sollen als mein Studiengefährte daran teilhaben. Sie werden sehen, was noch nie ein menschliches Auge sah, und ich werde Ihnen die letzten Geheimnisse unseres Planeten enthüllen. Ich nehme an, Monsieur, antwortete ich. Aber eine Frage habe ich noch. Mit welchem Namen dürfen wir Sie ansprechen? Ich bin Kapitän Nemo, und dieses Schiff ist die Nautilus. Er rief den Steward, und dieser brachte Ned Land und Conseil in eine Kabine, wo ein Menü auf sie wartete. Auch ich wurde zum Essen eingeladen. Bei Kapitän Nemo persönlich. Er führte mich durch einen zehn Meter langen Gang in den Speisesaal, der festlich dekoriert war. Der Tisch in der Mitte war reich gedeckt. Nemo wies mir meinen Platz und forderte mich auf, zuzugreifen. Am Jodgeschmack der Speisen konnte ich erkennen, dass sie alle aus dem Meer waren. Nemo erklärte mir, dass die Speisen allesamt gesund und nahrhaft seien. Alles, was er und seine Mannschaft aßen, holten sie sich aus dem Meer. Es gab Meeresschildkröte, Delfinleber, die wie Schweineragout schmeckte, eingemachte Seegurke und sogar Sahne, die er aus Seesäugermilch gewann. Als Nachtisch reichte er mir Seeanemonenkonfekt. Während ich alles probierte, erklärte mir der Kapitän, dass sie sogar die Kleidung aus dem Meer gewannen. Die Stoffe sind aus Fasern einiger Muscheln gewebt, Parfüm aus Seepflanzen destilliert, das Bett, die Schreibutensilien, alles aus dem Meer. Sie sind ein großer Freund des Meeres, Kapitän, sagte ich. Oh ja, ich liebe es. Das Meer bedeckt sieben Zehntel der Erdoberfläche. Es ist die lebendige Unendlichkeit. Professor, alle drei Reiche der Natur sind hier vertreten. Steine, Pflanzen, Tiere. Der Reichtum der Fauna ist unerschöpflich. 13.000 Gattungen sind unter Wasser heimisch, davon nur 10% im Süßwasser. Hier haben Tyrannen keine Macht. Hier allein kenne ich keinen Herrn. Hier bin ich frei. Die Nautilus Als Nemo aufstand, folgte ich ihm. Wir verließen den Speisesaal und betraten den angrenzenden Raum, die Bibliothek. Auf kupferbeschlagenen Regalen standen unzählige Bücher, mit Leder gepolsterte Sitzbänke luden zum Lesen ein. Diese Bibliothek würde so manchem Herrenhaus auf der Erde große Ehre machen, bemerkte ich. Da mögen Sie recht haben, Professor. Es sind 12.000 Bände, die ich über viele Jahre gesammelt habe. An meinem letzten Tag auf der Erde habe ich meine letzten Bücher und Zeitschriften gekauft und seither lebe ich in der Vorstellung, dass nichts Neues mehr gedacht und aufgeschrieben wird. Bei näherer Betrachtung fand ich alle Meisterwerke der alten und modernen Schriftsteller. Ein Band erregte meine Neugierde besonders. Begründung der Astronomie von Joseph Bertrand. Ich wusste sicher, dass es erst im Jahr 1865 erschienen war. Somit konnte die Nautilus höchstens seit drei Jahren durch die Meere ziehen. Im Übrigen ist dieser Raum nicht nur die Bibliothek, sondern auch der Rauchsalon. Hier, bitte bedienen Sie sich, sagte Kapitän Nemo und reichte mir eine Zigarre, die aus Goldblättern gewickelt schien. Ich zündete sie an und stellte fest, dass sie ganz hervorragend schmeckte. Nemo erklärte mir, er würde sie aus einer nikotinreichen Algensorte gewinnen. Wir verließen die Bibliothek und gelangten durch eine Doppeltür in einen strahlend erleuchteten, riesenhaften Saal. Es war sein Privatmuseum, in dem er Gemälde, Waffen, Statuen, ebenso wie Musikinstrumente und Partituren von Mozart, Beethoven und Haydn sammelte. Im hinteren Teil befanden sich Vitrinen und Schaukästen, in denen Schätze aus dem Reich der Natur lagen. Für mich ein wahres Fest. Schwämme, Hohltiere, Gliederfüßer, Weichtiere. Es war eine Ansammlung von unschätzbarem Wert. Mitten im Saal stand ein elektrisch beleuchteter Springbrunnen, dessen Schale aus einer der größten im Meer vorkommenden Muscheln bestand. Der Umfang betrug gut und gerne sechs Meter. Ich erblickte Perlen, die um ein Vielfaches größer waren als die berühmtesten Stücke oben auf der Erde. Oh ja, Kapitän, ich begreife Ihre Freude, wenn Sie durch solche Schätze wandeln dürfen. Kein europäisches Museum kann sich mit Ihnen messen. Aber meine Neugier ist nicht gestillt. Mich interessiert, welche geheimnisvolle Kraft die Nautilus antreibt. Dafür nehme ich Sie mit in mein Zimmer. Wir betraten den Gang, dem wir bis zum vorderen Teil der Nautilus folgten. Die erste Tür, die er öffnete, führte in meine zukünftige Kabine. Ein eleganter Raum. Die Tür daneben war der Eingang zu seinem Zimmer. Alles darin wirkte ernst und asketisch. Der Raum stand im absoluten Gegensatz zu den Salons. Ein eisernes Bett, ein Arbeitstisch, Schüssel und Kanne zum Waschen. Nur die Wände hingen voll mit Messuhren. Die meisten dieser Instrumente kennen Sie, sagte Nemo. Thermometer zum Messen der Innen- und Außentemperatur. Barometer zum Messen des Luftdrucks. Hygrometer zum Messen der Feuchtigkeit. Wetterglas zur Frühwarnung bei Stürmen. Kompass für die Himmelsrichtungen. Sextant für die Messung der Breite. Chronometer zur Errechnung der Länge. Auf der sich die Nautilus befindet. Aber dieses hier wäre auf einem normalen Schiff völlig unnütz. Ein Manometer zur Messung des Wasserdrucks. Damit kann ich die Tiefe bestimmen, in der wir uns befinden. Nemo fiel auf, dass mein Blick an den Uhren hing, die er noch nicht erklärt hatte. Er bot mir einen Platz an seinem Arbeitstisch an und fuhr fort. Die gesamte Nautilus wird von einer einzigen Kraft beherrscht. Der Elektrizität. Aber bisher gab es keine Möglichkeit, dass die Elektrizität solch große Aufgaben übernehmen konnte, warf ich ein. Meine Kraft gehört nicht mehr dieser Welt. Ich gewinne sie wie alles aus dem Meer, indem ich dem Salzwasser das Kochsalz entziehe. Kochsalz bildet zusammen mit Quecksilber meine Grundlage für eine Bunsenbatterie. Diese Kochsalzsäulen erzeugen im Übrigen eine viel stärkere elektrische Energie als Zinkplatten. Aber dieses Kochsalz müssen Sie doch zuerst herausfiltern. Ich bin mir sicher, dass die Energie dazu größer ist als die, die Sie gewinnen. Dafür benutze ich auch nicht die Batterie, sondern, sagen wir, mehr Kohle. Sie beuten unterseeische Kohleminen aus? Ja, und Sie werden das miterleben. Nur ein bisschen Geduld, Professor. Ich sagte doch, ich bekomme alles aus dem Meer. Außer der Atemluft. Richtig. Aber es wäre mir durchaus möglich, Sie ebenfalls selbst herzustellen. Doch einfacher ist es, aufzutauchen und die Tanks über elektrische Pumpen zu füllen. Ich zollte Kapitän Nemo meine Bewunderung für seine Forschungsarbeiten. Er zeigte mir eine Uhr, die ebenfalls mit elektrischem Strom lief, und einen Tachometer, der die Geschwindigkeit anzeigte. Doch das sei noch nicht alles. Er stand auf und lud mich ein, ihm zu folgen. Am Heck der Nautilus zeigte er mir ein Boot, das in eine Nische der Außenwand seines Schiffes eingepasst war, um das Boot flott zu machen, brauchte er nicht aufzutauchen. Durch einen doppelten Boden konnte man es betreten, und es war über eine elektrische Leitung mit der Nautilus verbunden. Wir gingen weiter und er zeigte mir die Schiffsküche, in der ebenfalls alles elektrisch geschah. Glühende Kochplatten aus Platindraht und Kühler, in denen das Trinkwasser zubereitet wurde. Aus den Hähnen im angrenzenden Badezimmer floss warmes und kaltes Wasser. Nach einem kurzen Blick in den Maschinenraum bei dem ich erkannte, welch gewaltige Kraft die Elektrizität hatte, führte Nemo mich wieder in den Salon und erklärte mir das Prinzip, wie die Nautilus auf- und abtauchte. Rings um den Rumpf waren gewaltige Wasserbehälter angebracht, die er bei Bedarf fluten oder leerpumpen konnte. Außerdem hatte er nicht nur einen Steuerruder, sondern einen Höhenruder, mit dem er sich auf jede gewünschte Weise nach oben oder unten bewegen konnte. Der Steuermann hatte eine Kanzel, von der er über dicke Linsengläser alles beobachten konnte. Außerdem erhellte ein starker Reflektor das Meer auf fast einen Kilometer. Ich musste zugeben, dass die Nautilus ein wunderbares Fahrzeug war und Kapitän Nemo bestätigte mir, dass er sie liebte wie sein Fleisch und Blut. Er habe sie entwickelt, erbaut und nun kommandiere er sie. Sind Sie von Beruf Ingenieur? Ja, ich habe in Paris, London und New York studiert. Aber eines begreife ich nicht. Wie konnten Sie unbemerkt ein solches Schiff erbauen? Ich habe jedes Einzelteil von einer anderen Firma in einem anderen Land unter einem anderen Namen erstanden. Das ist das Geheimnis. Alle diese Teile ließ ich in meine geheime Werkstatt auf einer einsamen Ozeaninsel bringen. Nachdem wir den letzten Handgriff getätigt hatten, verbrannten wir unsere Spuren. Ich möchte nicht neugierig sein, aber die Nautilus muss eine schöne Stange Geld gekostet haben. Zusammen mit meiner Sammlung 5 Millionen Franc. Sie müssen ein reicher Mann sein. Es würde mir nichts ausmachen, die 10 Milliarden Franc Schulden, die Frankreich hat, bar zu begleichen. Beginn der Untersee-Weltreise Betrachtet man die geologischen Entwicklungen unserer Erde, dann folgt auf eine Zeit des Feuers die Zeit des Wassers. Der gesamte Erdball war von Wasser überdeckt und erst nach und nach tauchten einzelne Bergspitzen wie Inseln heraus. Aus den Inseln wurden unsere Kontinente, um die das Wasser der fünf großen Weltmeere stehen blieb. Nördliches und südliches Polarmeer, indischer, atlantischer und pazifischer Ozean. Im pazifischen Ozean sollte unsere Reise beginnen. Wir wollen den Punkt unserer Abreise genau aufnehmen, sagte Kapitän Nemo. Wir haben 11.45 Uhr und tauchen vorerst einmal auf. Ich hörte, wie die Pumpen zu arbeiten begannen und die Tanks entluden. Automatisch veränderte sich die Anzeige auf dem Manometer. Als es still stand, erklärte Nemo, dass wir oben seien. Wir stiegen auf die Plattform. Das Meer lag ruhig vor uns und der Himmel strahlte. Land war weit und breit nicht in Sicht. Mit dem Sextanten maß Nemo unseren Breitengrad und wir stiegen wieder hinab. Nach einigen Berechnungen erklärte er, wir liegen rund 200 Seemeilen vom japanischen Festland entfernt. Heute ist der 8. November 1867. Es ist Mittag. Unsere Reise beginnt jetzt und hier, Professor Aronax. Ich habe den Kurs Ost-Nordost ausgegeben. Auf diesen Karten können Sie unsere Route verfolgen. Jetzt müssen Sie mich leider entschuldigen. Er drehte mir abrupt den Rücken zu und verließ den Salon. Ich blieb allein mit meinen Fragen. Woher kam dieser Kapitän Nemo? Warum hatte er sich von den Menschen abgewandt? Warum war er so überaus reich und belesen? Während ich darüber nachdachte, beugte ich mich über die Seekarten vor mir und stellte fest, dass wir uns direkt im Schwarzen Fluss befanden. Auch in den Meeren gab es Flüsse, wie auf den Kontinenten, und dieser war mit seiner dunklen Farbe besonders eindrucksvoll. Wir folgten also mit der Nautilus dieser blau-schwarzen Bewegung, die sich in den Weiten des stillen Ozeans verlor. Ned Land und Concey erschienen in der Tür des Salons und staunten nicht schlecht über den Anblick des Museums. Bin ich hier im Museum von Quebec? fragte der Kanadier misstrauisch. Sie befinden sich auf der Nautilus, 50 Meter unter dem Meeresspiegel, antwortete ich. Concey hatte bereits die Schaukästen ausgemacht und begann die Gegenstände zu klassifizieren. Als er gerade eine Zyproea Madagascariensis der Familie der Bukinoiden und der Klasse der Gasteropoden zuwies, trat Ned Land dicht an mich heran. Wo ist Nemo? Was hat er vor? Und woher kommt er? Ich weiß nur, dass wir zu einer Untersee-Weltreise aufgebrochen sind. Haben Sie schon Näheres herausgefunden? Nein, verdammt, das gibt's doch nicht. Ich weiß nicht einmal, wie groß die... Ich weiß nicht einmal, wie groß die Mannschaft ist. Man muss sich doch darauf einrichten, wie groß die Mannschaft ist. Es wäre mir lieber, Sie würden Ihre Pläne, die Nautilus zu übernehmen, aufgeben. Bei diesem technischen Wunderwerk haben wir keine Chance... Plötzlich ging das Licht aus. Das ist das Ende, flüsterte Ned Land. Wir hörten ein seltsames Geräusch und es wurde langsam etwas heller. Wir erkannten eine Glasplatte, durch die das Meer auf eine Seemeile erleuchtet war. Aus unserem dunklen Salon konnten wir alles hervorragend erkennen. Fasziniert blickten wir nach draußen, uns dessen bewusst, dass kein Mensch vor uns je so etwas gesehen hatte, mit Ausnahme von Nemo und seiner Mannschaft natürlich. Ned Land beruhigte sich schnell, denn der Anblick zog auch ihn in seinen Bann. Ich verstand Kapitän Nemo jetzt ein ganzes Stück besser. Er hatte sich eine eigene Welt eröffnet, deren Wunder er jeden Tag erfahren durfte. Welche Fischpracht, bemerkte Ned Land. Concey hörte das Stichwort Fische und sah den Zeitpunkt gekommen, den Kanadier über diesen Bereich zu belehren. Nicht nur, dass er Ned Land fast wie in Trance die fünf Ordnungen von Primo bis Quinto herunterbetete, nein, er wollte gerade mit den Familien, Gattungen und Arten fortfahren, als ihn der Kanadier in die Wirklichkeit zurückholte und aufforderte, aus dem Fenster zu sehen. Schließlich schwömmen die Fische vor ihren Augen, wie in einem Aquarium, meinte Land. Ah, sagte ich, im Aquarium stecken eher wir, das da draußen ist die Freiheit. Wie sieht's aus, Concey, stellen Sie uns die Fische jetzt in Natura vor, forderte Ned Land Concey auf. Tut mir leid, da kenne ich mich nicht aus, das ist Ihr Fachgebiet, Monsieur. Jetzt hatte der Harponier seine große Stunde und zeigte uns einen Schwarm chinesischer Hornfische, die einen platten Körper und einen Stachel auf dem Rücken hatten. Dazwischen schwammen Rochen einer seltenen Spezies. Für zwei Stunden beobachteten wir gebannt, wie eine Armee von Meeresbewohnern uns begleitete. Ned Land stellte sie vor und Concey ordnete sie ein. Niemals zuvor hatte ich so etwas erlebt. Plötzlich wurde es hell und die eisernen Wandplatten schoben sich vor die Fenster. Die Vorstellung war beendet. Wir verließen ganz benommen den Salon und ich verbrachte den Abend mit Lesen, Schreiben und Nachdenken. Auf Tauchgang Ich erwachte am nächsten Tag sehr spät. Nachdem ich mich angezogen hatte, ging ich in den Salon, der leer war. Eine Weile sah ich mich um und wartete auf Kapitän Nemo, aber der erschien nicht. Für drei Tage bekamen wir weder von ihm noch von einem Mitglied der Mannschaft etwas zu sehen, doch unsere reichlichen Mahlzeiten standen regelmäßig bereit. Am Abend des zweiten Tages beschloss ich, ein Reisetagebuch zu beginnen. Papier dafür fand ich in der Schublade meines Schreibtisches. Es war aus Seegras gefertigt. Das seltsame Verhalten änderte sich nicht, ganz im Gegenteil. Als ich am vierten Tag erwachte, roch ich frische Meeresluft und wusste, dass wir an der Oberfläche schwammen. Ich begab mich auf die Plattform, aber der Kommandant ließ sich nicht blicken. Das wiederholte sich fünfmal. Fünf Tage lag die Nautilus an der Wasseroberfläche. Inzwischen war es der 16. November. Da erhielt ich endlich ein Zeichen. Auf meinem Tisch lag ein Brief, in dem Nemo mich zu einer Jagdpartie in den Wäldern der Insel Crespo einlud. Also geht er doch an Land. Ich fand die Insel auf meiner Karte, ganz verloren, mitten im Pazifik. Wenn er schon die Erde betrat, dann nur an der einsamsten Stelle, dachte ich. Nemo erwartete mich bereits im Salon. Über seine achttägige Abwesenheit verlor er kein Wort. Wir unterhielten uns über die bevorstehende Jagd, und ich konnte nicht umhin, ihn auf seine Inkonsequenz hinzuweisen. Sie haben mit der Erde gebrochen, und doch besitzen Sie Wälder auf der Insel Crespo? Meine Wälder, Herr Professor, brauchen weder das Licht noch die Wärme der Sonne. Dort gibt es keine Tiger, Panther oder Löwen. Ich bin der einzige Mensch, der sie kennt. Sie stehen unter dem Meer. Unterirdische Waldungen? Genau, und ich werde sie trockenen Fußes dorthin zur Jagd führen. Für Fragen ließ er mir keine Zeit und erklärte mir, ich solle viel frühstücken, denn wir kämen erst am Abend nach Hause, und unterwegs gäbe es keine Gasthäuser. Während ich aß, sprach er weiter. Sicher fragen Sie sich, wie Sie unter Wasser atmen sollen, nicht wahr? Nun, zwei Landsleute von Ihnen haben ein Atemgerät erfunden, das ich verbessert habe. Sie werden es nachher wie einen Rucksack aufziehen. Über Schläuche gelangt Pressluft in einen Kupferhelm, und so wird uns unser Spaziergang unter Wasser ermöglicht. Und womit schießen Sie? Ebenfalls mit Pressluft. Alle Schüsse, die ich abgebe, sind tödlich. Damit schieße ich kleine, in Stahl gefasste Glasperlen ab, die jedes Tier erledigen. Aber nun lassen Sie uns die Taucheranzüge anlegen. Ich folgte Nemo in eine Kabine neben dem Maschinenraum. Als Ned Land, der mit Conce dazukam, erfuhr, dass es nicht an Land ging, wurde er wütend. Widerwillig ließ er sich von zwei Männern beim Anlegen der schweren Kleidung helfen. Kupferplatten schützten die Brust vor dem Wasserdruck, und Bleischuhe ermöglichten ein Laufen auf dem Meeresboden. Wir setzten die Helme auf und wurden über eine Schleuse ins offene Meer gelassen. Ganz leicht sanken wir auf den Grund. Kapitän Nemo ging voraus, Conce und ich folgten dicht hinter ihm. Es ging sich, ganz gegen meine Erwartungen, sehr einfach mit den schweren Gerätschaften. Gott sei Dank verloren auch sie im Wasserangewicht. Wir wanderten über Muschelstaubböden in eine Ebene aus Felsen und Wasserpflanzen, weiter durch klebrigen Schlamm und danach über Algenwiesen. Uns begegneten Polypen und Korallen und zahllose Fischschwärme. Wir erreichten einen Abgrund, den wir hinabwanderten, als wir plötzlich dunkle Schatten erkannten. Die Wälder der Insel Crespo. Baumartige Pflanzen, eine Mischung aus Schlingpflanzen und Meeresgräsern, ragten der Meeresoberfläche entgegen. Farben von Rosa über Grün und Ocker schimmerten und täuschten Blüten vor. Nach vier Stunden Laufzeit gab Nemo ein Zeichen zur Rast. Seltsamerweise hatte ich keinen Hunger, aber war sehr müde. Wir legten uns auf den klaren Meeresboden und schliefen sofort ein. Als wir erwachten, ging es weiter, immer tiefer den Abhang hinab. Mittlerweile waren wir wohl 150 Meter unter dem Meeresspiegel und mussten unsere Lampen einschalten, deren Licht die Fische anlockte. Eine riesige Granitfelswand gebot uns Einhalt und wir machten uns auf den Rückweg. Langsam, damit der Druck sich ausgleichen konnte, stiegen wir wieder hinauf. Wir erreichten eine Sandebene, die sich teilweise nur zwei Meter unter dem Meeresspiegel erhob. Da erlebte ich einen Prachtschuss, den der Gefährte des Kapitäns abgab. Ein Vogel mit weitgespannten Flügeln näherte sich uns über dem Wasser. Der Matrose legte an und traf. Das Tier fiel wie vom Blitz getroffen herab, sodass wir es bequem greifen konnten. Es war ein wunderschöner Albatross. Kurz bevor wir die Nautilus erreichten, gab uns Nemo ein Zeichen, uns auf den Boden zu werfen. Ich hörte und spürte, wie ungeheure Massen mit lautem Getöse über uns hinweg schwammen. Als ich erkannte, um welche Tiere es sich handelte, gefror mir das Blut in den Adern. Haie! Sie hatten uns dank ihres schlechten Sehvermögens nicht erkannt. Bei der Nautilus angekommen, ließen wir uns die Taucheranzüge abnehmen und ich begab mich eilig in mein Zimmer und schlief sofort ein. Kurs Südost Am 26. November um 3 Uhr früh überquerten wir den Wendekreis des Krebses. Am nächsten Tag erblickten wir die Hawaii-Inseln. Am 1. Dezember überquerten wir immer noch auf Südostkurs den Äquator. Seine Neujahrswünsche überbrachte mir Concey am 1. Januar 1868, während wir durchs Korallenmeer fuhren. Seit unserer Abreise waren wir jetzt 11.340 Seemeilen unterwegs. Ein gutes neues Jahr. In unserer Lage konnte man darunter vieles verstehen. Natürlich wünschten wir uns die Freiheit. Das europäische Festland zu sehen wäre wundervoll. Doch ein Jahr voller Abenteuer auf der Nautilus waren ebenfalls verlockend. Die Küste von Neuguinea kam am 4. Januar in Sicht. Kapitän Nemo wollte durch die Meerenge, die sogenannte Torresstraße, fahren. Diese Kleinstinselwelt ist voller Riffe und liegt zwischen Australien und Neuguinea und war auch wegen ihrer wilden Eingeborenen mehr als berüchtigt. Ned Land, Concey und ich verfolgten die Durchquerung von unserer Plattform aus. Das Meer schien zu kochen, denn überall klatschten die Wellen an die aufragenden Felsen. Diese verdammte Kapitän muss sich seiner Sache ganz schön sicher sein, brummte Ned Land. Der dunkle Stahlkörper glitt ohne einmal anzustoßen durch die Korallenspitzen. Um 15 Uhr, wir waren keine zwei Seemeilen von der Insel Keboroa entfernt, warf mich ein Stoß zu Boden und die Nautilus stand still. Als ich mich erhob, sah ich, wie Nemo sich mit dem ersten Offizier beriet. Wir saßen auf einem Korallenriff fest und das in einem Gewässer, wo es zwischen Ebbe und Flut kaum einen Unterschied gab. Der Schiffsrumpf war unbeschädigt. Ein Unfall, Kapitän? Ein Zwischenfall. Dieser Zwischenfall kann bewirken, dass sie ihren Schwur brechen und doch Land betreten müssen. Nemo blickte mich kalt und fremd an. Die Nautilus befindet sich nicht im Geringsten in Gefahr. In fünf Tagen ist Vollmond und der Wasserstand um 1,5 Meter erhöht. Sie sehen, ich brauche keine Hilfe der Erde. Genosse Mond übernimmt das. Der Kapitän drehte mir den Rücken zu und Ned Land trat neben mich. Na, was sagt er? Muss er den Kasten verschrotten? Nein, er wartet auf den Mond. Auf den Mond? Auf den Mond und die damit verbundene Flut, die ihn freisetzen soll. Der Kanadier begann wieder einmal zu fluchen und als er damit fertig war, schlug er vor, zu fliehen. Doch ich riet ihm dringend davon ab. In dieser Gegend gab es wilde Eingeborene, für die wir sicherlich ein schmackhaftes Mittagessen abgeben würden. Land fügte sich widerwillig, bestand aber darauf, einen Landausflug zu machen. Zu meiner Verwunderung erlaubte uns das Kapitän Nemo und lieh uns sogar sein Boot. So fuhren wir drei Tage hintereinander zur Insel Keboroa und durchstreiften die Wälder nach irdischer Nahrung. Am letzten Tag erlegte Ned Land sogar ein Schwein und wir Briten es am Strand und genossen unser ausgezeichnetes Mal. Was, wenn wir einfach nicht mehr zur Nautilus zurückkehren, sagte Ned Land. In diesem Augenblick fiel ein Stein neben unserem Feuerplatz nieder und zerschlug unsere Gedanken. Wir sprangen auf und erkannten, dass Eingeborene uns angriffen. Wir rannten zum Boot und flohen auf dem schnellsten Weg zurück zur Nautilus. Beim Blick zurück sah ich mindestens 100 Wilde, die mit lautem Kriegsgeheul bis zum Gürtel im Wasser standen. Wieder an Bord ging ich sofort zu Nemo, um ihm Bericht zu erstatten. Der saß an der Orgel im Salon und blieb völlig unbeeindruckt von meiner Schilderung. Wir schließen einfach die Luke, damit sind wir in Sicherheit, antwortete er kühl. In dieser Nacht schlief ich sehr unruhig. Als ich am Morgen gegen sechs das Deck betrat, sah ich, dass sich die Zahl der Wilden beträchtlich vergrößert hatte. Auf Einbäumen waren sie der Nautilus bedrohlich nahegekommen. Der Kapitän blieb vollkommen ruhig und teilte mir mit, dass wir am nächsten Mittag um 14.40 Uhr unsere Fahrt fortsetzen würden. Nachts hörten wir bereits das Lärmen und Füßetrampeln der wilden Papuas an Deck. Bis zum Mittag rührte sich niemand, doch um 14.30 Uhr hörte ich im Salon ein Knirschen. Offenbar löste sich die Nautilus von der Flut getragen langsam vom Korallenboden ab. Um 14.35 Uhr erschien der Kapitän. Wir fahren wieder, sagte er. Und die Papuas? Fragte ich. Kommen Sie mit? Bereits auf dem Gang hörten wir wildes Geheul über uns. Ned Land, Conce und mir schlug das Herz laut, als die Luke geöffnet wurde. Als der Deckel zurückschlug, erschienen sofort 20 Gesichter in der Öffnung. Jedoch der erste, der das Treppengeländer berührte, wurde von einer unsichtbaren Macht gepackt und zurückgeworfen. Den nächsten beiden erging es ebenso. Ned Land wollte hinauf, um die restlichen Wilden zu vertreiben. Aber kaum hatte er das Geländer berührt, wurde auch er wie vom Blitz getroffen zurückgeschleudert. Jetzt wusste ich, dass Nemo dieses Geländer elektrisch laden konnte und damit einen Zaun errichtet hatte, den niemand passieren konnte. Der Korallenfriedhof Am 10. Januar ging unsere Reise also weiter. Nemo beschäftigte sich damit, die Temperaturen in den unterschiedlichen Meerestiefen zu messen und stellte fest, dass in 1000 Metern Tiefe eine konstante Temperatur von 4,5 Grad herrschte. Ich fragte mich nur, für wen er diese Messungen machte. Den Menschen würde er seine Forschungen mit Sicherheit nicht überlassen. Am 18. Januar sah ich den Kapitän nach einigen Tagen wieder. Wir befanden uns südlich der Weihnachtsinseln und von Osten wehte ein starker Wind. Nemo unterhielt sich mit seinem ersten Offizier in jener mir unverständlichen Bordsprache, während er den Horizont mit dem Fernglas absuchte. Er stand einige Minuten völlig bewegungslos da. Plötzlich sagte er ein paar Worte, die zur Folge hatten, dass sein erster Offizier voller Entsetzen dreinblickte. Nemo blieb weiterhin kalt. Er gab offenbar Befehl, schneller zu fahren, denn die Schraube der Nautilus kam stärker auf Touren. Natürlich wollte ich wissen, was da vor sich ging und holte mir ein Fernglas. Ich setzte es an und im gleichen Augenblick wurde es mir aus der Hand gerissen. Nachdem ich mich umgedreht hatte, blickte ich in die entstellten Gesichtszüge des Kapitäns. Seine Fäuste waren geballt und seine gesamte Gestalt von Hass verzerrt. In ihm kochte es, aber er zwang sich zur Beherrschung. Dann sagte er kühl, Monsieur, ich bitte Sie nun, sich an Ihre Zusage zu halten. Ich muss Sie und Ihre Gefährten auf unbestimmte Zeit einschließen. Ich willigte ein und stieg hinab zu Conseil und Ned Land. Dort brachte uns jemand in jene Zelle, in der wir die erste Nacht geschlafen hatten. Die Tür fiel ins Schloss und meine Gefährten bedrängten mich, ihnen zu erklären, was vorgefallen war. Aber ich konnte mir den Vorfall selbst nicht erklären. Nur so viel wusste ich, in der nächsten Zeit mussten wohl Dinge geschehen, die wir nicht wissen durften. Wir setzten uns an den gedeckten Frühstückstisch, aber die Unsicherheit ließ bei allen keinen rechten Appetit aufkommen. Kaum dass sich jeder einen Winkel für sich gesucht hatte, schlief Ned Land sofort ein. Auch Conseil faselte noch ungereimtes Zeug, und ich staunte, wie schnell auch er ins Land der Träume gelangte. Während ich noch darüber nachdachte, überfiel mich eine Art Betäubung, die mich zwang, die Augen zu schließen und mir das Bewusstsein raubte. Am nächsten Morgen erwachte ich mit erstaunlich freiem Kopf in meinem Bett in meiner Kabine. Wie war das möglich? Ich konnte mich an nichts erinnern. Meine Tür war unverschlossen, und ich begab mich auf den Flur und stieg zur Plattform empor. Dort traf ich Ned Land und Conseil, die schon länger wach waren. Auch sie konnten sich an nichts erinnern. Bis mittags war Kapitän Nemo nicht zu sehen. Erst als ich mich um 14 Uhr im Salon aufhielt, trat er plötzlich ein. Ich hatte Erklärungen zur vergangenen Nacht erwartet, aber nichts dergleichen geschah. Nemo ging ziellos im Salon hin und her und sah übernächtigt und elend aus. Schließlich fragte er mich brüsk. Sind Sie Arzt? Ja, antwortete ich verdutzt. Ich habe tatsächlich Medizin studiert und auch einige Jahre praktiziert, bevor ich ans Museum berufen wurde. Gut. Würden Sie einem meiner Leute helfen? Sie haben einen Verwundeten? Einen Kranken. Gut, ich bin bereit. Mir war klar, dass es zwischen diesem Kranken und den Vorfällen von heute Nacht irgendeinen Zusammenhang geben musste. Nemo führte mich zum Heck der Nautilus und brachte mich in eine kleine Kabine. Dort lag ein etwa 40 Jahre alter Mann, kräftig, bärtig und schwer verletzt. Ich beugte mich über ihn und erschrak. Er hatte eine tödliche Wunde am Kopf. Ich hob die blutigen Leinentücher an und blickte auf eine zertrümmerte Schädeldecke. Der Verletzte gab keinen Laut von sich, atmete nur noch leicht und der Puls war kaum noch fühlbar. Außerdem wurden seine äußeren Glieder bereits kalt. Woher kommt diese Wunde? fragte ich. Das ist völlig unerheblich. Nehmen Sie an, ein Maschinenteil hat ihn getroffen. Können Sie ihm helfen? Zuerst zögerte ich, doch dann raunte ich. Er wird binnen zwei Stunden sterben. Nemo nahm die Hand über seine Augen, als wolle er nachdenken, doch ich hatte die Tränen darunter gesehen. Ich wandte mich ab. Sie können jetzt gehen, Professor, sagte der Kapitän scharf. Das Sterben des Mannes und alles, was damit verbunden war, verfolgte mich bis in meine Träume. Am anderen Morgen traf ich Nemo auf der Plattform. Ich werde einen Ausflug unter Wasser machen, sagte er ohne jede Begrüßung. Wollen Sie mich begleiten? Allein? Ihre Gefährten dürfen gerne mitkommen. Eine halbe Stunde später steckten wir in den Taucheranzügen und verließen die Nautilus durch die Schleuse. Außer uns waren noch zwölf Leute aus der Mannschaft dabei. Der Boden war völlig anders als bei unserem letzten Ausflug. Wir traten auf harten Grund. Hier erstreckte sich das Reich der Korallen. Entlang einer Korallenbank stiegen wir innerhalb von zwei Stunden in 300 Meter Tiefe hinab. Wir erreichten einen versteinerten Wald, der uns winzig erscheinen ließ. Nemo machte Halt und seine Männer bildeten einen Halbkreis. Erst jetzt erkannte ich, dass zwei der Männer einen länglichen, in weiße Tücher gehüllten Gegenstand trugen. Wir befanden uns im Mittelpunkt einer Lichtung, die von unseren Lampen ausgeleuchtet wurde. Dort stand ein aus Korallen gehauenes Kreuz. Auf einen Wink von Nemo begann einer der Männer ein Loch in den Boden zu hacken. Ich hatte verstanden. Diese Lichtung im Korallenwald war ein Friedhof. In den Tüchern lag die Leiche des gestern verstorbenen Mannes. Als die Grube tief genug war, legten vier Männer den Leichnam vorsichtig hinein. Nemo sank auf die Knie, als wolle er beten. Wir alle folgten seiner Bewegung. Nachdem das Grab geschlossen war, wandte Nemo sich als erster ab und trat den Rückweg an. Perlentauchen Für Concey war Kapitän Nemo ein verkannter Gelehrter, der der Menschheit den Rücken zugewandt und sich in die Unterwasserwelt zurückgezogen hatte. Ned Land sah in ihm einen gefährlichen Verrückten, einen Feind. Für mich war er mehr als das. Die Ereignisse der letzten Tage hatten mir gezeigt, dass Nemo die Nautilus als Raspel benutzte, mit der er die Ecken und Kanten dieser Welt, an denen er sich verletzt hatte, glätten wollte. War er das Opfer, das ich nur als Henker aufspielte? Sollte ich ihn bewundern oder hassen? Er nannte uns seine Gäste, in Wahrheit waren wir seine Gefangenen. Für mich als Naturforscher war es das aufregendste Abenteuer, das ich bis zum Ende miterleben wollte. Aber das konnte ich Concey und Ned Land nicht zumuten. Ich erkannte, dass wir die nächstbeste Gelegenheit zur Flucht nutzen mussten.